Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie vor, die als Korrespondenz in Lancet veröffentlicht wurde. Covid-19 assoziierte Nephritis, frühe Warnzeichen für Erkrankungsschweregrad und Komplikationen. Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 kann neben Lungen und Herz offenbar auch die Nieren angreifen. Mediziner beschreiben im Lancet eine Covid-19 assoziierte Nephritis, die häufig mit einem schweren Verlauf der Erkrankung einhergeht. Ein einfacher Labortest kann die Komplikationen möglicherweise frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass eine Covid-19 Erkrankung nicht auf eine atypische Pneumonie beschränkt bleibt, deren Ausprägung häufig nicht das schwere Krankheitsbild erklärt. Viele Patienten erleiden Schäden am Herzmuskel und an den Blutgefäßen, was einen Anstieg von Herzinfarktmarkern im Blut und eine erhöhte Thrombose-Neigung der Patienten erklärt. Chinesische Pathologen hatten im letzten Monat im Kidney International berichtet, dass häufig auch die Nieren geschädigt werden. Ein Team hatte bei der Autopsie von 26 Patienten, die an Covid-19 gestorben waren, regelmäßig histopathologische Schäden an den Glomeruli und den Tubuli der Nieren gefunden. Die Folge könnte ein nephrotisches Syndrom sein, bei dem über die Nieren vermehrt Eiweiße verloren gehen, die dann im Körper fehlen. Einem Mitarbeiter von der Klinik für Nephrologie und Rheumatologie an der Universitätsmedizin Göttingen war aufgefallen, dass bei schwer erkrankten Patienten häufig eine schwere Hypalbuminämie vorliegt. Die Albuminkonzentration war dann von normalerweise 3,4 bis 5,0 mg pro Dezilliter auf 1,4 bis 1,9 mg pro Dezilliter gefallen. Zu den Eiweißen, die über die Nieren verloren gehen, gehört auch Antithrombin 3, ein natürlicher Hemmstoff der Blutgerennung. Die Werte waren bei den Patienten auf 26 bis 62 Prozent der Norm abgefallen. Dies könnte erklären, warum Patienten mit Covid-19 erhöhtes Risiko auf Thrombosen haben, die als Lungenembolierasch zum Tode führen können. Der Verlust von Immunglobulieren vermindert die Immunkompetenz und könnte die Abwehrreaktion gegen die Infektion unterlaufen. Bei einem schweren Nephrotischen Syndrom können auch Blutzellen über die Nieren verloren gehen. Leukopenie und sogar eine Anämie können die Folge sein. Die Göttinger Nephrologen haben aufgrund ihrer Erfahrung einen Labortest entwickelt, mit dem sich ein Capillary-Leak-Syndrom frühzeitig erkennen lässt. Er besteht aus der Bestimmung vom Albumin im Blut, Albumin im Urin und Antithrombin 3. Das Risiko eines Capillary-Leak-Syndroms besteht bereits, wenn ein Parameter deutlich verändert ist. Diese Patienten sollten dann frühzeitig von der Normalstation auf die Intensivstation verlegt werden, selbst wenn die Lungenfunktion noch unauffällig ist. Die Behandlung besteht in der Gabe von Diuretika, die die Göttinger Nephrologen bereits beginnen, auch wenn die Lungenfunktion noch nicht gestört ist. Um ein Lungen-Indem zu vermeiden, werden wegen des Verlusts von Albumin oft höhere Dosierungen erforderlich. In schweren Fällen müssten zum Wasserentzug Dialysemaschinen eingesetzt werden. Da viele Medikamente, etwa Antibiotika im Blut, an Albumin gebunden werden, können es infolge des Eiweißmangels zu unerwarteten Wirkstoffkonstellationen kommen. Deshalb wird geraten, vorbeugend die Medikamentenspiegel bestimmen zu lassen. Aufgrund des Eiweißmangels droht zudem ein Kreislaufversagen. Die Intensivmedizier müssen hier frühzeitig vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Das erhöhte Thromboserisiko infolge des Mangels an Antithrombin 3 erfordert die präventive Gabe von Antikorholantien wie Heparin. Dabei seien meist deutlich höhere Heparin-Dosen erforderlich, um den gewünschten vorbeugenden Effekt zu erzielen und so Blutgerinnsel zu verhindern. Die Göttinger Nephrologen haben zusammen mit Kollegen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem Universitätsklinikum Aachen und dem Transplantationszentrum Köln-Mehrheim eine Studie begonnen, die den Nutzen der Labortests weiter untersuchen soll. Weitere Informationen und Ergebnisse in dem sehr aktuellen Publikation im Lancet.